ich achten 30 37 hier so leute was geht ab hier ist euer Tarelox und ich begrüßt euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir und ihr seht es gerade im Hintergrund ja dicker Call of Duty und zwar die Beta von World World of War 2 stimmt das World at War keine Ahnung ist mir eigentlich egal auf jeden Fall übelst zu heftig ist jetzt auf jeden Fall gerade meine erste Runde ja das ist jetzt so mit Divisionen so richtig heftig voll krass also ich habe schon eine Runde gespielt aber als nichts besonderes und ja ich will mal sagen wir gehen jetzt direkt in das erste richtige Spiel Pointe du Hock wir legen sie weiter um zu punkten also ist auf jeden Fall es ist echt heftig habe nur ganz kurz gespielt echt nur eine Runde ich bin immer noch Level 1 aber es bockt so heftig hier habt haben man halt könnte ich eigentlich spielen wäre vielleicht noch mal 10 9 8 7 so immer okay da ich spiele zwar hier mit der die sieht aus ich finde die echt heftig oder warte ist das ich schwöre ne ich habe noch so keine Ahnung stg ok ne komm da boah also es ist echt boah boah ok dahinten jawoll es gab regelt es ist echt nicht das ich sage zwar so wie wir das kennen das mit dem Russian es ist so anders also wer hier sich seine Seele tot rascht zum Beispiel so wie in Black Ops 3 also der hat das Game sowieso schon verloren weil boah digga 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 weil äh man hier sie ist einfach echt alles verwinkelt und äh es kommen Leute von links und rechts und man hat einfach so kein Plan von wo dass man überhaupt gerade angeschossen wird es wird jetzt auch nicht mehr boah die Mini Map sie ist ja nicht mehr so groß ne sie ist echt äh wie soll ich sagen so haltest du mal bitte deine Schnauze dankeschön sie ist echt äh wie soll ich sagen bisschen klein und oben links seht ihr so westliche Graben und so finde ich übelst so heftig dass so eingezeigt wird was wie wo wer also feiere ich ab nochmal ich werde das die Beta so zocken boah ich 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 komme auch direkt vom Arbeiten nix duschen nix ich schwöre ich hatte gestern leider echt gar keine Zeit zum zocken ich habe mir sogar vorgenommen ohne Spaß Jungs ne ich bin so behindert ich stelle mir heute um 5 Uhr den Wecker sagen wir dann aber so ja ich schlafe lieber ne aber ich bin so krank war sie dir ich bin so krank in solchen Sachen was ich glaube ich denke mal annehmen dass der Schalldämpfer im Game der wird der wird OP sag ich mal weil äh man hört echt alles also ist auch normal ich zog jetzt zwar gerade nicht mit der Kopfhörern weil ich die ja brauche zum Audio und so und äh nicht äh Lust habe 20.000 Kopfhörer hier drin zu haben und Kabel ah verdammt ihr seht ja auch die Granaten die werden somit äh ja keine Ahnung ist das ist so glaube ich die Stadt Standardgranate das ist eher so eine Mine nehme ich jetzt mal an hier oben ist so ein bisschen ein Camperspot sieht fresh aus kann man auf jeden oh jeden ui Fall ein paar Leute weg holen krass oh Junge Junge okay Wallbang geht auf jeden Fall also es ist echt ja so oh wie soll ich sagen Standard es ist echt es ist halt echt Krieg es ist nicht so Schimmer dein Leben oh okay 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 das tut weh okay das tut weh es ist halt echt hier so Standard Krieg nichts äh Zukunfts bla bla ui das hat gerade gebackt okay nichts Zukunfts scheiße es ist echt richtig heftig ich feier das Game so brutal ja Digger es ist echt nice ich glaube auch dass das Game wie soll ich sagen das Game wird von verdammt vielen Leuten gefeiert aber auch von verdammt vielen Leuten gehatet und zwar aus dem Grund ja finde ich super oh sorry wenn ihr den Sound vom Game doppelt hört ich probiere das dann irgendwie ja und boah was ich auch heftig finde so den Bajonett Angriff richtig krass äh weil halt echt viele Leute das gefeiert haben mit dem Boost Jump ich kenne echt viele Leute die gesagt haben boah ja Digger ist mein Leben jetzt so auf die Art wo ist er seht ihr nicht nachladen geht übelst zu lange heftig wo ist er ah stirb stirb vor meiner Granate nein okay feind dich aus feind dich aus in der Maschine in der Luft also ich feiere das Game also ich hab's jetzt ja okay gut vielleicht sag ich euch in zwei Tagen boah Jungs kauft euch das Game nicht das ist scheiße gehen wir schon jetzt auf den Sack aber im Moment finde ich es echt nice feiere ich absolut was haben wir für einen Score 10 zu 9 na komm wa ich war doch die ganze Zeit drauf oh mein Gott so lächerlich da komm ich will mal hier eine andere Waffe ausprobieren das ist glaube ich eine MP will jetzt nicht lügen ich habe mich halt bis jetzt halt auch noch echt nicht mit dem Game befasst also wirklich 0% ich habe keine Trailer geschaut ich wollte mich halt echt mal überraschen lassen ja weil ich sag's immer so so oh was hallo wow okay so Leute die halt so richtig heftig so viel die äh Trailer schauen die 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 haben halt schon von den YouTubern so ihre Meinung finde ich persönlich aber ja ja ist eben natürlich ja ok seine Sache also das Game geht ja ging ja jetzt 7 Minuten ich muss hier vielleicht mal den Sound hier ein bisschen leiser machen äh dann ich höre auf jeden Fall noch ein Spiel dranhängen ich werde es einfach hier ein bisschen durchgehen ich labern ihr kennt ja so äh meine Videos ich schneide echt wenig ich weiß nicht das war so wieso wahrscheinlich doch okay ich weiß weil ich zu fauler für bin da zack zack upload dies das aber oh Scheiß es macht Spaß ne mir persönlich gefiel ja na verdammt bin noch negativ zweitbester vom Team naja ganz ok was ich jetzt echt scheiße finde also bis jetzt ist es doch ganz ok ne so diese grüße also äh wie soll ich sagen ne äh ja so zum Schluss diese Dinge was ich auf jeden Fall wieder nice finde sind es es sieht echt so alt aus ne so es sieht echt alt aus ne es finde ich so geil hier seht ihr wie gesagt diese ähm ähm äh wow ok fortfahren oh es ist alles mit O ne es ist so komisch ähm diese Division sage ich ist bisschen wie in Infinite Warfare äh mit diesen verschiedenen Dingen ne man konnte ja da so diese verschiedenen äh wie sagt man diese verschiedenen äh Spezialisten nehmen und das nehm ich an dass das irgendwie sowas ähnliches ist und hier ja so Sachen halt äh äh ich ich habe jetzt Punkte Serien ok ja Spiel geht leider los Punkte Serien habe ich mich noch gar nicht befasst weil ich bis jetzt auch echt noch keine erreicht habe ja wie gesagt das ist jetzt eigentlich so mein erstes richtiges Spiel was ich gerade mit euch gezockt habe feiere also ich wie gesagt ich feiere es ich kann es jetzt euch noch 20 mal sagen aber ihr merkt halt auch dass ich jetzt nicht irgendwie so sage ja ich finde es cool und das macht Spaß ich wiederhole mich halt echt krass weil weil ich es echt nice finde so finde ich auch hier so Sachen heftig irgendwie dass man halt hier sich so bewegen kann die Stars Ananas und was ich halt auch geil finde es ist wieder so mit diesem Springen finde ich total geil äh echt so es ist halt so ich kenne auch die Maps noch überhaupt nicht also ich bin absoluter random was wo 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 wer hä habt ihr den gesehen oh mein Gott Digga Digga chill doch mein Leben chill doch dein Leben ne finde ich Digga ja wir haben auf jeden Fall unser Team ist das Beste also beziehungsweise mein Team ist das Beste 4 zu 0 oder 2 zu 6 ja sag mal ein Granitchen hoch boom ok mal nehmach ooooh ja Digga nice ok ey also ich sag's euch ne in dem Spiel muss man so wo mit dem mit dem letzten Schuss habe ich ihn geholt nice Team mit kill ihn noch früher du Bastard ja den glaube ich immer noch nicht gekillt wie gesagt man kann halt echt nicht so rushen so wie man sich eigentlich das gewohnt ist wer läuft jetzt hinter mir her ne das ist wieder der boah das ne das ne das 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 aber ey wie wie heftig der halt im Headglitch sitzt ne das ist abnormal den kannst du nicht holen vor allem ich glaube ich nehme stark an dass hier halt wieder so Sachen wie Griff und so halt mehr ihre ja wie soll ich sagen ihre ok läuft bei dir ihre Bedeutung bekommen so ich meine so bis jetzt in den äh äh anderen CODs war ja ja ist ok Bruder wieso holst du ihn nicht so dass sie halt äh ihre Bedeutung verloren haben weil ich meine Black Ops 2 schon okay denn du wirst mehr du wirst mehr du wirst mehr du wirst mehr gesagt ah neger na das war so klar hey aber das ist auch nur so ne boah junge hier kommt es meine Granate Junge steht doch wenn ich die in der Granaten die in der in der Luft also ja es macht Spaß aber wenn halt wenn die Leute wieder um ihr mein Gott um ihr Leben kämpft kämpfen ja um mir liegen dann dann macht's halt schon weniger Spaß ne ist halt einfach so hä wow ah verdammt ich muss glaube hier ein bisschen äh das Ding noch bisschen höher stellen so ja jetzt geht das schon ein bisschen besser ja wir verlieren natürlich verlieren wir die kämpfen ja auch die behinderte sagen aber was macht denn der teammate der zielt doch hier schon sein ganzes Leben lang hin und wenn er dann kommt dann ist er nicht bereit hast du den jetzt mal den Kerber geholt ja ich glaube er hat sich den Kerber ui gegönnt boah ich bin hey ja er hat 15 zu 1 nikke so ich ja 4 zu 10 jähriger bin ich mal der schlechteste von Team von Team von meinem Team Frissgranate Brutach ha hä und meine ooo 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 ich sage es werden es wird hier auf jeden Fall ein paar richtig geile Momente geben aber es wird auch Momente geben wo ich mich hier zu Todes aufrege so komm der steht doch jetzt durch meine Granate oder nein hier ist doch irgendwo jemand hallo ja ey ich schwöre ich schwöre zweite Runde ich reg mich schon über die größten Camper auf ey aber nicht der kennt nur Ecken und so ne nikkeler sind Eckecamper ich sehe mich ja gar nicht ich mache hier Faxen und merke dass ich keine Face gemacht habe ja egal jawoll ne ich bin ein Gesicht Bruder hä wow wow ne das lag nicht gerade am Internet das hat echt gerade böse gebackt böse gebackt böse gebackt ne hä diga hä diga ne ne aber ich spiel halt auch so gegen Level 19 und 20 wie weit gehts eigentlich gehts über Level 20 weiß ich ja wie gesagt ich habe ich absolut nicht mit dem befasst ich habe mich wie soll ich sagen ich bin so ein ganz normaler zocker wer also nicht jemand der ich sage jetzt halt zu cov videos schaut so ich bin einfach so ein normaler mensch so der einfach bisschen zeugt weil er gerade lust drauf hat so sage ich den das einfach nur so und der sammeln sohn boah junge ich muss beleidigen ich schwöre COD COD die meisten meisten der ist meiner oh mein gott ich war der last kill ja sehr schön habe ich das gemacht nee war ich nicht nee okay aber ich habe mich auf jeden fall noch kurz in den gesetzt ja ja also wie gesagt es ist es ist eher ein camp man muss schon ein bisschen kämpfen ich bin ob ich bin ja überhaupt nicht so der camper typ auf jeden fall hoffe ich dass dieses video euch gefallen hat geht wieder 20 minuten war bruder was los bei mir und ja wenn ja bitte ein leichter lassen ihr wisst ja liken gefällt ihnen das letzte spiel überspringen bettet bett sie ist kein paar nutten so ne also ich wünsche euch einen schönen samstagabend auf jeden fall lasst ein like da ne like geil ist ja wie gesagt unser lifestyle dies das ananas und äh haut da rein bis zum nächsten mal leute peace